Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ihnen zur Seite stehen die erste Maikräfin Lea Meisenberg mit dem ersten Maikrafen Lukas Nürnberger. Ihnen zur Seite stehen die erste Maikräfin Lea Meisenberg mit dem ersten Maikrafen Lukas Nürnberger. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020